Okay, Moment. Nee, also wär ich du, würde ich einfach weiter streamen. Wie, doch kein Berufswechsel? Nee. Wieso? Hast du mal gearbeitet? Ja, hast du mal gearbeitet. Nee. Das ist, äh, okay. Ja, aber guck, da hast du ja sozusagen deinen Beruf gewechselt. Weil, weil die Kekse waren von 2022, die sind schon längst abgelaufen. Das macht Sinn dann, dann macht Sinn. Ja. Dann hast du recht. Ja. Ja.